Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreni und ich habe ein cooles Thema für dich. Also bleib dran! Heute geht es um die Selbstheilung. Denn das ganze Energetik-Gewerbe dreht sich ja eigentlich darum, dass man sagt, Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Ja, wo sind jetzt die Selbstheilungskräfte und wie werden die aktiviert? Und ich möchte heute mal über die Selbstheilung was sagen und ein paar Grundlagen dir mitgeben, damit du vielleicht selber auch leichter das aktivieren kannst. Die Selbstheilungskräfte, von denen ich jetzt spreche, ich sage es immer wieder dazu, bitte, ich rede von der energetischen Seite. Ich bin Energetiker, da kenne ich mich aus. Ich rede nicht medizinisch, wie etwas funktioniert mit Selbstheilungskräften oder wissenschaftlich. Ich sage dir einfach vom energetischen Standpunkt her, wie das funktioniert. Und wenn dich das interessiert, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video und dann stürzen wir uns gleich in die Selbstheilungskräfte rein. Viele Leute kommen zu mir und wollen heil werden. Natürlich, jeder will geheilt werden. Jeder möchte, dass es ihm gut geht. Aber wie schafft man das, dass das System selber heilt? Wie schaffe ich es, dass die Selbstheilung aktiviert wird? Und da möchte ich jetzt einmal kurz ausholen und dir einen Gedanken mitgeben, nämlich, dass Heilung, also Gesundsein und Heilung eigentlich eine Gnade ist, ein Geschenk ist. Denn das haben wir nicht wirklich in der Hand. Das heißt, du wirst mit Gesundsein, mit Heilsein beschenkt. Und wenn du halt nicht in deiner Mitte bist, naja gut, dann ist da ein Leidensdruck, dann baut sich da was auf und dann geht es darum, wieder die Gnade der Heilung zu erfahren und wieder möglichst in die eigene Mitte zu kommen. Natürlich wird gerne propagandiert, deine Krankheit soll Bewusstsein in dir auslösen und du musst nur draufkommen, was dir deine Krankheit sagen möchte und dann bist du sofort gesund. Wenn es so leicht wäre, dann reicht es wirklich, dass man sich ein Buch, so ein Lexikon einfach mal besorgt, so eine Krankheit als Weg, Schicksal als Chance, solche Geschichten und dann würde man auf einmal geheilt werden. Aber leider ist es nicht ganz so einfach und ich habe sehr viele, viel, viel belesenere und erfahrenere Leute bei mir als Klienten sitzen, die diese ganzen Bücher auswendig können, die 100 Mal Luise Hey affirmiert haben und trotzdem noch nicht gesund sind. Oder die Selbstheilung noch nicht läuft. Aber was machen die denn falsch und wie kommen sie in die Selbstheilung? Und da geht es jetzt einmal darum, dieses Prinzip der Gnade zu verstehen. Wie wird dir Gnade zuteil? Ist dir in diesem Augenblick bewusst, dass du ein unglaubliches Geschenk hast? Nicht jetzt, dass du mich sprechen hörst, danke, dass du das glaubst, aber nein, das meine ich nicht. Sondern dir wird ein unglaubliches Geschenk zuteil. Nur zum Beispiel mal, du kannst mich hören. Vielleicht schaust du dir das Video an, du kannst mich sehen. Du kannst sehen, du kannst hören. Das sind alles Geschenke, das ist alles eine Gnade, die du empfangen hast, ohne etwas dafür zu tun. Und da kommt jetzt der Punkt dazu. Du empfängst etwas, ohne etwas zu tun. Jemand ist gnädig mit dir. Und vielleicht hörst du schon raus, bei Selbstheilung geht es also darum, etwas zu empfangen. Empfangen zu können. Und empfänglich wirst du dann, wenn du passiv wirst, dich fallen lässt, dich hingibst. Und zwar dieser Gnade der Heilung, der Gnade der Selbstheilung. Das ist also nichts, wo ich sage, das kann ich jetzt aktiv tun, sondern ich muss vom Energetischen her einmal mich aufmachen und erlauben, dass ich das empfangen darf. Also ich bitte um die Gnade und hoffe, ich empfange sie. Und vom Energetischen schaut das so aus, Leute, die auf dieser Heilungssuche sind, wenn du suchst, bist du sehr aktiv. Ich bringe das Beispiel nochmal mit der geschlossenen Hand oder der Speerspitze. Du bist aktiv und gehst immer weiter nach vorne. Aber um dich erreichen zu können, muss die Hand aufgehen und es muss eben diese Energie durchfließen. Das wäre eigentlich so das Geschenk und das Ideale, was wir brauchen. Aber wie schaffen wir es jetzt einfach, passiv zu werden? Und warum erleben wir durch diese Passivität dann die Heilung? Ich habe schon in einem anderen Video mal gesagt, ich selber heile nicht, sondern ich schaue nur, dass der Klient die Heilung empfangen kann oder aktivieren kann, die er bereits in sich trägt. Also diese Selbstheilung. Und ich gehe halt davon aus, so in meinem Bild, ist das Wesen der Welt ein heiles Wesen ist. Das ist gut, die Welt ist gut, die Welt ist heil. Und es geht nur darum, dieses Heil zu empfangen und dann kommt auch die Selbstheilung rein, egal auf welcher Ebene ich das brauche. Aber wie werde ich empfänglich? Und das ist das, was wir halt so verlernen. Wir versuchen ja womöglich gescheiter zu werden und sehr zu irgendetwas zu erreichen, bewusster zu werden, zu meditieren, irgendwelche Dinge noch aufzulösen. Dass wir ja etwas schaffen und etwas erreichen, aber die Heilung an sich ist ein Loslassen, ein sich Öffnen und ein Darumbitten um die Gnade der Heilung. Ich bitte jetzt um die Gnade der Heilung. Ich bitte die Gnade zu empfangen. Und Gnade deshalb, weil ich sage, ich habe nichts dafür getan. Ich weiß auch nicht, ob ich sie verdiene. Ich bitte nur darum, dass ich wieder heil werde. Das ist genauso ein Geschenk wie das Leben. Wir haben nichts getan, um am Leben zu sein. Nicht bewusst zumindest. Und was sagt dir das jetzt? Du musst um die Gnade der Heilung bitten. Das ist jetzt natürlich nicht sehr sexy, dass man sagt, ich muss um etwas bitten, dass ich etwas kriege, weil es ja immer heißt, du kannst alles erreichen. Aber letzten Endes ist es ein Bitten um diese Heilung, um die Gnade der Heilung. Ich bitte um die Gnade der Heilung. Und da schaue ich auch, dass ich meine Klienten reinkriege. Und wie kannst du das jetzt selber bei dir aktivieren? Ein guter Punkt wäre einfach einmal, großzügig zu sein. Wo bist du in deinem Leben großzügig? Sei großzügig, das heißt, hab keine Vorurteile. Sei nicht eng anderen gegenüber. Sei großzügig mit deiner Aufmerksamkeit. Sei großzügig mit den Gaben, die dir gegeben wurden. Und dann kommt dir das zurück. Lerne großzügiger zu sein. Lerne das Geben aus freien Stücken. Lerne zuerst etwas zu geben und nichts zu erwarten. Und vertraue darauf, dass es zurückkommt zu dir. Das wäre eine gute Übung, weil ich immer wieder erlebe, dass die Leute glauben, ja, ich bin ja so gnädig und ich bin ja eh so großzügig und so lieb und ich werde immer ausgenutzt. Das heißt nicht, dass man ausgenutzt wird. Denn wenn du großzügig bist, dann gibst du aus freien Stücken, aber du wirst keinen Verlust erleiden. Und wenn dir was nicht so zurückkommt, dann regelt sich das von selber, beziehungsweise hörst du ja dann auch auf, dich anders zu verhalten. Und bist aber dann auch nicht enttäuscht. Denn du gibst deine Liebe oder du gibst deine Aufmerksamkeit, weil du so ein Typ Mensch bist. Und nicht, weil du etwas zurück erwartest. Ich höre dir jetzt zu und dafür erwarte ich, dass ich etwas bekomme. Nein, ich höre dir einfach zu, weil es meinem Wesen entspricht. Und dadurch lebst du schon mal deine Urenergie und bist schon großzügiger und gibst auch schon mal was. Das sind die berühmten Vorschusslorbeeren, wo ich dann sage, ich gebe jemandem einmal ein bisschen einen Vorschusslorbeeren und man sieht dann eh, ob sich der jetzt, der Lorbeeren als würdig erweist oder nicht. Aber ich gebe es mal. Ich bin mal offen. Und ich weiß dann eh, passt das oder passt das nicht. Und da sollten wir vielleicht einmal anfangen, diese Großzügigkeit selber einzuführen in unser Leben. Das heißt großzügig, hör jemanden zu, nimm am Leben von jemandem teil, ohne dass du erwartest, dass etwas zurückkommt. Hör deinen Kindern bei den Problemen zu, hör deinem Partner mal zu, geh auf die Personen ein. Das wäre eine Möglichkeit, anstatt immer zu fordern, verstehe mich doch, sei für mich da, jetzt ist Zeit für mich. Sondern versuche einmal, das so zu machen, das ein bisschen umzudrehen und da ein bisschen bewusster zu sein. Und du wirst merken, du wirst offener, du wirst freier und du kriegst mehr Energie. Und dadurch fließt zum Beispiel schon mehr Selbstheilungskraft rein. Die Selbstheilungskraft, die Kraft, jünger zu sein, ist letzten Endes die Kraft des Gebens auch und der Großzügigkeit. Sei großzügig und mach dich nicht so klein. Du bist nicht alleine und es gibt größere Kräfte als dich hier auf der Erde. Das ist zumindest das, wie ich die Welt sehe. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Parteien oder so, sondern ich rede einfach von einer Lebensenergie. Und auf die Gnade dieser Energie vertraue ich. Und ich vertraue darauf, dass ich die Gesundheit, die Vitalität und die Lebensenergie dieser Energie, dieser Quelle immer bekomme. Und immer zur Verfügung habe. Und dass ich mich entscheiden kann, mich dieser Quelle zu verschließen. Und ein Schlüssel zur Selbstheilung, der wichtigste Schlüssel, ist Großzügigkeit. Denn das Leben ist auch großzügig mit dir. Also übe dich in Großzügigkeit. Nicht in der typisch österreichischen Unzufriedenheit, sondern sei großzügig, sei dankbar. Und das sind schon Energien, die dich weicher, passiver machen. Und dann, wenn du ganz ruhig bist, bitte mal um die Gnade der Heilung. Bitte mal um die Gnade der Heilung. Das heißt, ich weiß, ich habe es vielleicht nicht verdient, aber ich bitte jetzt darum. Und dann schau, was passiert. Und letzten Endes ist das der Punkt, in dem, ich nenne es jetzt unter Anführungszeichen, mal Wunder passieren können. Dort, wo die Klienten auf einmal eine plötzliche Erleichterung verspüren. Wo sich plötzlich was löst im Leben von Klienten, weil sie diesen Punkt erreicht haben. Diesen Punkt der Selbstheilung. Und vielleicht hast du ja schon solche Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, oh wow, auf einmal hat sich alles gefügt und es ist was gut gegangen. Dann freue ich mich, wenn du das in den Kommentaren unten schreibst. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Themen zu einem anderen Video hast, für ein anderes Video Vorschläge hast, Themen, die ich bearbeiten soll, dann schreib es mir auch in die Kommentare. Und natürlich gerne, ein Kommentar kriegt gerne ein Video, ist kein Thema. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle, bewusste, dankbare, gnädige Zeit. Ganz viel Heilung, Selbstheilung, bei was auch immer du es benötigst. Und wir hören uns, wir sehen uns. Dein Oliver Erreni, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss und alles Gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020